Und bei mir im Studio begrüße ich zum Thema jetzt Prof. Michael Musalek, Psychiater und Neurologe sowie langjähriger ärztlicher Direktor des Anton-Prox-Instituts der führenden Suchtklinik in Europa. Schönen guten Tag, Herr Prof. Musalek. Schönen Tag. Danke, dass Sie gekommen sind. Überspitzt gefragt, hat Österreich ein Alkoholproblem? Also ganz Österreich hat natürlich nicht ein Alkoholproblem, aber wenn wir es im Vergleich zu anderen Ländern betrachten, dann ist es ohne Zweifel so, dass wir im Spitzenfeld sind. Sowohl bei den Pro-Kopf-Mengen, wie auch bei den Menschen, die letztlich ein Problem damit haben und vor allem auch bei den Alkoholkranken. Lassen Sie uns vielleicht damit beginnen, dass wir eben in diversesten Studien Spitzenplätze haben, sowohl beim Alkohol- als auch beim Nikotinkonsum. Und das betrifft sowohl die Erwachsenen als auch die Jugendlichen. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass wir kein wirkliches Problembewusstsein auf diesem Gebiet haben. Und dass auch relativ wenig gemacht wird, um hier ein Problembewusstsein auch zu entwickeln. Die allermeisten Menschen wissen gar nicht, wie gefährlich Alkohol sein kann, welche Schädigungen damit verbunden sind. Wir haben das beim Koma-Trinken gesehen, wo Jugendliche ganz verwundert gewesen sind, dass man auch an so etwas sterben kann. Also da braucht es einfach eine Aufklärungsarbeit und da braucht es noch viel, viel Diskussion. Wie kann die Aussehen, diese Aufklärungsarbeit? Was würden Sie sich da wünschen? Was finden Sie gute Beispiele? Natürlich gibt es die Aufklärungsarbeit über die Medien, aber natürlich auch in der Schule. Das große Problem, das wir haben, ist, dass in Österreich das Einstiegsalter, also dort, wo man jetzt zum Trinken beginnt, auch regelmäßig zu trinken beginnt, ungefähr das 11. bis 13. Lebensjahr ist. Das heißt, Präventionsprogramme müsste man einfach davor setzen und da hat natürlich an viele Leute große Scheu, so etwas zu tun, aber das wäre einfach notwendig. Müsste da vielleicht auch die Exekutive ein bisschen besser kontrollieren, denn es gibt ja Gesetze und 11 bis 13 ist da bestimmt kein Alter, das im Jugendschutzgesetz drinnen steht, um Alkohol zu konsumieren? Das ist natürlich relativ schwierig, denn viele schauen mit 12, 13 schon so aus wie 16, andere schauen mit 16 noch so aus wie 11, 12. Also das ist relativ schwierig zu tun und man kann sich kaum vorstellen, dass jetzt bei einem Fest oder bei einer Veranstaltung jetzt jeder durch eine Polizeisperre gehen muss und wo genau kontrolliert wird, ob er das Alter schon hat oder nicht hat. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, das zu tun. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass die Menschen einfach ein Bewusstsein entwickeln und einfach selbst spüren, das ist etwas Problematisches und da muss ich einfach aufpassen. Inwiefern haben denn jetzt, wir leben in Krisenzeiten, jetzt hatten wir sehr lange Corona, haben es noch immer, jetzt hat sich die Situation ein bisschen entspannt, jetzt sehen wir mit Teuerung und Krieg, es ist sehr belastend, was auf der Welt passiert. Inwiefern beeinflussen solche belastenden Ereignisse auch der letzten Jahre das Suchtverhalten? Wir haben erst vor kurzem eine Untersuchung im Institut für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit der Sigmund-Freud-Universität durchgeführt, wo wir leider feststellen mussten, dass der Alkoholkonsum in diesen Belastungssituationen ansteigt. Was wir noch nicht wissen ist, ob wirklich auch die Anzahl der Suchtkranken ansteigt, denn das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Also man ist ja nicht sofort suchtkrank, nur weil man ein bisschen Alkohol zu viel getrunken hat. Ab wann wäre man denn suchtkrank? Das zentrale Phänomen der Suchtkrankheit ist der Kontrollverlust. Das heißt, wenn ich nicht mehr kontrollieren kann, ob ich trinke oder nicht trinke, ich nehme mir vor, heute nichts zu trinken und dann passiert es mir, dass ich doch wieder trinke, beziehungsweise, dass ich mir vornehme, ich trinke nur ein Glas und dann sind es doch wieder vier oder fünf Gläser. Das ist das zentrale Phänomen. Natürlich in den Spätstadium kommt es dann auch zu einer körperlichen Abhängigkeit, wo man mit Entzugserscheinungen reagiert. Aber dort, wo man aufpassen sollte, ist, wenn man eben merkt, ich kann es nicht mehr so gut steuern. Okay, also ob Leute suchtkrank sind oder um wie viel mehr sich das vermehrt hat, das werden wir erst sehen. Aber der Konsum an sich hat sich vermehrt jetzt in dieser Krisenzeit. Der Konsum hat sich vermehrt, der Alkoholkonsum hat sich vermehrt und vor allem auch der Nikotinkonsum hat sich vermehrt. Beim Alkoholkonsum wäre es noch irgendwie verständlich, weil ja Alkohol eine tranquilisierende Substanz ist, also eine spannungslösende und angstlösende Substanz ist. Beim Nikotin ist das nicht der Fall. Es ist eher eine, wo man ein bisschen nervöser wird, als man vorher gewesen ist. Also die sogenannte Beruhigungszigarette, die gibt es ja nicht wirklich. Und daher ist es kaum zu verstehen, warum jemand jetzt mehr raucht. Möglicherweise ist es doch, dass manche jetzt sehr viel mehr Zeit haben und dann halt greift man zur Zigarette. Wodurch unterscheiden sich denn auch österreichische Trinkgewohnheiten vielleicht zu anderen Ländern? Wir haben zwei große Kulturbereiche hinsichtlich des Alkoholtrinkens im Norden. Klassischerweise ein Rauschtrinken, das heißt also über lange Zeit trinkt man gar nichts. Und dann aber, wenn man trinkt, dann also ganz massiv, bis man nicht so massiv berauscht ist. Im Süden eher ein permanentes Trinken in niedriger Dosierung. Rausche kommen sehr, sehr selten vor. Wir liegen genau dazwischen, machen leider beides. Und das führt dazu, dass wir zur Weltspitze gehören. Ab wie vielen Gläsern Wein oder Bier oder ganz generell Alkohol würden Sie denn sagen, dass man zu einem Suchtverhalten tendiert? Wenn ich das jetzt auf den Tag, auf die Woche, aufs Monat aufrechne, da können Sie sicher besser Antwort geben. Es geht hier nicht um die absolute Menge, sondern vielmehr geht es darum, warum ich trinke. Also wenn ich aus Genuss nur trinke, dann ist das viel weniger gefährlich, als wenn ich es als Medikament einsetze. Warum? Weil Alkohol ja eine anästhesierende Wirkung hat. Das heißt, der Genuss ist relativ bald vorbei, weil ich spüre es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr so differenzieren. Während die Wirkung, die bleibt. Und dann neige ich dazu, den Alkohol regelmäßig zu mir zu nehmen. Und das große Problem ist eben, dass man dann dauernd Alkohol trinkt. Also das Wesentliche wäre, zumindest zwei bis drei völlig alkoholfreie Tage in der Woche zu haben. Und dazwischen nur sehr geringe Trinkmengen aufzuweisen und dann ist man auf der sicheren Seite. Weil das wäre jetzt meine anschließende Frage gewesen, wenn ich jetzt aus Genuss eine Flasche Wein am Tag trinke oder halt zwei Tage die Woche dann nicht, sind das bedenkliche Mengen oder nicht? Also eine Flasche Wein und das siebenmal in der Woche ist ganz sicher ein hochproblematischer Konsum. Natürlich gibt es viele Alkoholkranke, die letztlich noch viel mehr trinken. Aber das Entscheidende ist eben, dass man nicht regelmäßig trinkt und dass man es nur zu besonderen Anlässen macht. Dann ist es nicht ganz so gefährlich. Ganz grundsätzlich ist es ja so, wir haben es im Beitrag auch schon gehört, dass man sich in Österreich relativ auch oft rechtfertigen muss, wenn man nicht trinkt. Beispielsweise, wenn man zum Heurigen geht, im Sommer ein Spritzer oder auch in der Wirtshausrunde, wo auch immer. Warum ist das denn eigentlich so? Also der Alkohol ist das einzige Suchtmittel, wo man sich entschuldigen muss dafür, dass man es nicht genommen hat. Bei allen anderen Suchtmitteln muss man das nicht, aber beim Alkohol schon. Das hängt einfach damit zusammen, dass Alkohol natürlich gesellschaftlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Es hängt aber auch damit zusammen, dass es viele Menschen gibt, die einen problematischen Alkoholkonsum aufweisen und die einfach haben wollen, dass andere mittrinken, um selbst nicht aufzufallen. Also dieses Schmeißen von Runden in Wirtshäusern hat meist den Sinn, dass man einfach nicht so auffällt, dass man selbst schon relativ viel getrunken hat. Weil wenn man jetzt vier oder fünf Bier getrunken hat und alle anderen drei, dann fällt das nicht auf. Wenn die anderen aber nur ein Seidel getrunken haben und ich habe fünf Bier schon getrunken, dann würde ich schon auffällig werden. Wenn ich das jetzt bei jemandem feststelle, mit dem ich des Öfteren unterwegs bin, wie kann ich sowas ansprechen? Wie gehe ich davor, ohne der Person auch zu nahe zu treten, sie zu verschrecken, zu verletzen vielleicht? Das Wesentliche ist, dass man nicht vorwurfsvoll ist, sondern dass man seine eigene Besorgnis mitteilt und dass man vor allem auch darüber spricht, ist es wirklich notwendig, dass wir immer wieder Alkohol trinken müssen oder können wir uns nicht einmal treffen und einmal ohne Alkohol einen schönen Abend verbringen. Und dann kommt man leichter ins Gespräch und dann sagen die meisten auch, ja, aber das schaffe ich nicht gut oder dann kann ich nicht lustig sein oder etwas Ähnliches. Und das ist ein ganz guter Einstieg dann in die Thematik. Und umgekehrt, wenn ich jetzt die betroffene Person wäre, die sich denkt, okay, vielleicht habe ich einen problematischen Konsum, egal ob Tabak oder Alkohol, wie gehe ich da vor? Was sollte ich da am besten tun? Also wenn ich selbst merke, dass es soweit ist, dass ich schon ein Problem damit habe, dann braucht es einfach professionelle Hilfe. Selbst ich, wenn ich ein solches Problem entwickeln würde, müsste auch professionelle Hilfe aufsuchen. Und man kann das nicht nur selbst schaffen. Und das ist auch das große Problem, dass die allermeisten versuchen, es selbst zu schaffen und dann letztlich den Krankheitsprozess nur noch prolongieren. Würden Sie sich zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz auch irgendwas von der Politik oder von irgendwelchen öffentlichen Stellen wünschen, um damit besser umzugehen? Ich würde mir wünschen, dass man einfach öfter darüber spricht. Nicht anklagend darüber spricht, auch nicht den Alkohol verdammend spricht, sondern dass man letztlich die Vorteile aufzeigt, auf der anderen Seite aber auch die Gefahrenmomente. Und dann kann ich auch damit umgehen. Das ist so wie beim Autofahren. Das Autofahren ist eine gefährliche Sache. Wenn ich aber gut damit umgehe, kann ich die Gefahr absolut minimieren. Und genau das Gleiche könnten wir beim Alkohol auch. Und vermutlich auch keine Witze machen, wie es der Bundeskanzler zu Beginn der Geschichte gemacht hat, nehme ich an. Das war ganz wenig hilfreich. Damit sage ich vielen, vielen Dank, Herr Professor Musalek, für Ihre Ausführungen. Sehr gerne.